Das Thema dieses Films ist die Dichte eines Stoffes. Schwer wie Blei, sagt man oft, wenn man einen besonders schweren Gegenstand heben muss, zum Beispiel die Bücherkiste vom letzten Umzug. Diese Bleikügelchen, die dafür sorgen sollen, dass eine Gardine gerade hängt, sind dagegen gar nicht so schwer. Zunächst sollten wir uns vom Wort schwer verabschieden. Denn damit bezeichnen wir im Alltag die Gewichtskraft eines Gegenstands. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Biennümpfert Der Junge Vielen Dank.